Herzlich Willkommen meine Freunde zum ersten Weihnachtsgeschenke-Unboxing, nee, ich weiß gar nicht wie ich sagen soll. Ja, Weihnachtsgeschenke-Video mit Amex 2023. Mich würde natürlich auch interessieren, was ihr so für Geschenke gekriegt habt. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wir können auch darauf gerne mal reacten, wenn ihr das wollt. Ja, ihr seht hier unten, der liebe Teddy ist schon im Chat. Und ja, ich habe hier das jetzt links meinen Weihnachtsbaum stehen. Das heißt, Geschenk, was ich mir selber gemacht habe. Und diese, äh, da kostet die jetzt so. Ach nee, das flackern alle. Ähm, und die Weihnachtskerzen, die quasi dieses Mal, dieses Jahr ohne Karte sind. Äh, sagt mir, ihr könnt sie auch gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt das alles mal ein bisschen umstellen hier. Ob ihr selber zu Weihnachten euren Baum schmückt. Ob das bei euch euer Dad macht. Nein, ich bin ja, Gamer Dad schon. Ähm, ja. Und ich muss mir das jetzt, mein Setup ist mir auch rüberrücken, weil meine Geschenke sind hier zu meiner Linken. Ich glaube, wenn ihr mich anguckt, zur Rechten oder so. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Wie gesagt, äh... Lasst euch überraschen. Ich weiß ja schon, was drin ist. Natürlich kann ich jetzt nie Live-Geschenke auspacken und so. Aber, wir gucken mal. Wir fangen mal mit dem ersten, ich glaube, an, was... Moment, friends. Moment. Ein Geschenk ist dabei. Von meiner Frau. Das habe ich gestern im letzten Aborten-Video im Stream schon angekündigt. Da war es sehr traurig. Das müssen wir zurückschicken. Ihr könnt, wenn ihr das jetzt seht, in die Kommentare raten, was ist es. Ich wäre es natürlich zur Letztast. Nein, wirklich. Und, ja, wir sagen, wir fangen mal an. Zu... Wir fangen... An... Liebe Leute, mit... Ich bin gespannt, wie lange das Video dauert. Wir sehen, was das ist. Buckley. Und hier drunter steht noch ganz lehlaß. Buckley Belts. Wer von euch dem Englischen mächtig ist, kann nur erahnen, geht schon ein paar rein, was jetzt hier kommt. Und Leute, das ist eine Technikversicht. Also eine Gürtel. Okay, eine herkömmliche Gürtel. Ich gucke das an. Der, der mich wie ihr guckt, habe ich nämlich doch geguckt. Müsst du keine Angst haben. Wir werden nicht an Dummheit sterben. Ich mache das jetzt vor. Das ist nämlich ein Special Agent in Spektroka-Trips. Hört ihr das? Oh, das ist ja auch gut, das ist ja auch guter Gürtel. Das ist ja auch guter Gürtel. Ein Special Agent. Ein Special Agent. Genau. Und glaubt mir, ich dachte das erste Mal. Ah ja, ich glaube jetzt, jetzt habe ich es nicht. Das ist aber ein Problem, wenn man ein Studium braucht. Ah ja. Da fährt sich zu. Ja gut, für gewöhnlich trage ich in meinem Alltag jetzt okay, eine Jogging-Gürtel. Okay, eine kurze zumindestens. Das Geile ist, du kannst, ich will jetzt nochmal dazu ziehen. Das hat man ja so, und hier unten hast du. Klack, kommen wir mal auf. Nein. Komm mal raus zu. Oh Gott, hab ich jetzt reingezoomt oder rausgesoomt? Ja jetzt reingezoomt. So. Ach die Scheiße, das ist zu weit. Ah 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 ah. Hätte ich mal nicht verstanden. So. Ja, gut. Jedenfalls ein Inspektor-Gadget-Gürtel. Das erste Geschenk. Weil, warum auch immer, mein letzter Gürtel sogar kaputt gegangen ist. Peitsche damit für gewöhnlich kenne. Also, nehmt meine Frau aus. Nur kleine Kinder, die können mich auch rein. Hacke. Das zweite ist auch ein kleineres Geschenk. Das guckst du jetzt hier. Der ist der Pool, gefällt mir. Ne, ich mach sogar ein Video für YouTube. Der König wurde reichlich beschenkt. Das muss man doch zeigen, dass er sich auch... Hat man das jetzt schon gesehen? Ha ha ha, ihr dürft jetzt raten, was das ist. Ähm, da muss man doch zeigen, wie lieb und nett er war, dass er so viele Geschenke gekriegt hat. Ne? Und als allerletztes kommt das. Das ganz böse Geschenk. Was zurückgeschickt werden muss. Das ganz böse. Guck dir schon wieder so traurig. So. Ja, der ist wirklich cool. Also, wie gesagt, also, der ist wie Kabelbinder halt. Sieht unreal. Also, der sieht auch richtig optisch geil aus. Und du kannst dann das Knöppel drücken, um quasi so den Kabelbinder mäßig zu lösen. So. Die Dinger, Freunde. Der schaut, danke. Da muss ich nicht, glaube ich, viel dazu erklären. Aber, ihr werdet es nicht glauben. Das sind meine vierten Galaxy Buds. Meine ersten, zwei. Also, ne. Mein erstes Paar waren die ersten Galaxy Buds, die rauskamen. Die sind verschwindibus. Kann passieren. Das zweite Paar ist kaputt gegangen. Also, da hörst du, hast du irgendjemand nur noch ganz leise gehört. Und nein, das liegt nie am Ohrenschmalz, der dort drin ist, etc. pp. Was ihr jetzt wahrscheinlich gleich wieder denkt. Die waren ordentlich, alles in Ordnung. Die haben einfach keine Ahnung, nach einem Jahr oder so. Also, pro Jahr gehen immer Galaxy Buds bei mir drauf. Und ich mach, by the way, nicht viel mit den Dinger. Einfach der Sound, das Ende Ding, das Wort dann so leise und das andere so leise. Wrum, wrum, wrum. Und es waren keine Einstellungs-Sachen. Ich bin ja nicht ganz blöde. So. Die dritten Galaxy Buds, die waren neu. Die hab ich von meiner Frau auch gekriegt. Ich glaub, zu Ostern. Dober Dessert, meines waren nicht. Da hält mich nicht ganz so fest. Ich erfrage das doch mal. Die hatte ich eine Woche. Habst du die in meiner Hose vergessen? Und für gewöhnlich kontrolliert sie eigentlich immer, wenn sie wäscht die Hose. Aber natürlich nie, wenn meine neuen Galaxy Buds zusammen drin sind. Also, warte mir einfach mit gewaschen. weg. Also sind das jetzt meine Pirn der Galaxy Buds in drei Jahren. Jesus Christ. Nicht wirklich. Doch. Ohne Scheiß, Teddy, Mann. Ohne Scheiß. Ich kann dir zu jenigen Geschenken, die ich dir nicht teuer bin, warum es nie gibt. Das ist absoluter Wahnsinn. So. Jetzt kommen wir zu dem, was quasi hier das T-Shirt wurde mit beinhaltet und nein, ich habe das nicht seit Weihnachten jeden Tag. Ich habe quasi Sachen, die ziehe ich vom Stream an. nach Arbeitsbekleidung im Arbeitsalltag. Also, ich trage unter und ich trinke noch ein bisschen was anderes wie im Stream. Das ging sehr bald. Geil. Ist das ein Album? Ich weiß nicht, wenn das was sagt, weil die Unterschrift die auch noch mal kennt. Die Deluxe Box. Vielleicht verlose ich doch das Album, weil die CD an sich interessiert mich gar nicht so krass. Ein Postle und Sticker-Prinne, die kamen da rausgekommen. Ja, sie ist ohne komplett verschweigt. Aber, das, 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 da wir ja alles Boni-Prinnel zutaten haben, hat mich das Theo interessiert wegen dem T-Shirt, was das T-Shirt mit der Graffiti-Prinne, weil er verliert, er setzt ja auch auf meinem Logo mit, woran ich meinen Namen, den ich selber, aber, also ich habe mein Logo selber designt, das hat mir irgendein, äh, hier ist noch was dazu, äh, stell ich noch so hier hin, ähm, das, muss ich, gucken, wo ich das hingetrabe, ähm, das hat also kein, komischer, Nerve, dingster, wumster, und bitte meldet euch auch nicht bei mir, ich habe mein Logo, auch wenn das einfach ist, aber stumpf ist Trumpf, ich fand das mit der Graffiti-Schrift und so, Grund war der Vergangenheit eigentlich ganz geil, deswegen, äh, ja, könnt ihr auch enjoy, warum ich die, ich wollte nur wegen den Karotten, die Boxer. So, meine Prats, dieser, geile Rudi, ich liebe, ich weiß nicht, weil mein Ding ist, dass er es noch nicht guckt, wer ist, ne, geile Sache, feier ich, der war dabei, bei der Box, also es müssen auch nie immer irgendwelche, ähm, Dings da, dabei sein, ne, ich war, ach, kein, so, ich war, unser Bruder, das ist, den Nazi, guck, das packt auch mein, äh, mittlerweile geschwindener Astralhörer, noch, fühlt sich sehr wertig an, sehr geil, das war die, die Grüße gehen raus, an den Werken, Herrn Beng, ihre Musik feier ich natürlich auch, ja, mir auch, und, äh, wie gesagt, ich, ich, ich lieb das ja, mit, oh Gott, mit Hoodie und so, habt ihr eigentlich gewusst, Livepack jetzt, die neuen Pullis, oder Kapuzenhuddies, ich weiß nicht, äh, wie jung ihr seid, die das Video dann gucken, aber zu meiner Zeit, oder zu unserer Zeit, die du bist ja auch so, gab es die Kapuzen, ja noch mal ein Stück größer, da kannst du dann quasi so hier schon fast rumlohnen, das gibt's nicht mehr, du hast jetzt diese, äh, sag ich mal, äh, Standard, nennt man das so, Standardkapuzen, äh, Größen halt, das, äh, das ist so, ja, das nicht mehr über die Augen und so weiter geht, wisst ihr das, welchen Beweggrund das hat? Ähm, obwohl ich brauche, mein Headset brauchst du eigentlich gar nicht, obwohl doch, sonst höre ich nicht, wenn nicht, nee, musst du lesen, wenn Teddy was schreibt, ähm, obwohl Teddy kann ja auch trotzdem TTS machen, ähm, Gott, Alter, ihr Leute, werde ich 2024 hier oben noch Haar haben? Wir wissen es nicht, lassen Sie es überraschen, ähm, wenn ihr das wisst, warum das so ist, schreibt das in die Kommentare, ich löse am Ende des Videos auf, mal sehen, ob Teddy draufkommt, warum die Kapuzen nur noch solche Einheitsgrößen haben dürfen, bei jedem Kapuzenhutti übrigens, ne, dass der nicht mehr, äh, so über die Augen oder ins Gesicht gehen darf, so, weiter geht's, Teddy, du kannst natürlich auch mitraten, äh, wird der am Ende des Videos aufkommen, so, Friends, jetzt, kommen wir zum, ähm, das Nummer eigentlich, kleiner, klappen, 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 unsere gute Bekannte von der Ostsee, was quasi fast, das Mikrofon hier wäre so schwer, so meine Tante ist mäßig, ähm, wie sagen wir da, Ostsee-Weihnachtsmann hat das geschickt, ne, die hat dieses Jahr, äh, zoom ran, zoom, 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 jetzt, klappen, weißt du, wir machen den Gönnjärmin mal, wo hat das Ding schäumt, ob das gut so ist, ist das so schön, und ich hätte es wahrscheinlich auch kühl stellen sollen, nächstes Jahr machen wir das Video übrigens eher, heute haben wir schon den 30.12. und auf euch, auf euren Support, ähm, dass ihr, dass jetzt so viele, für meine Größe, sagen wir dazu, äh, für meine kleine Größe, kleine bescheidene Größe, so viele Abonnenten jetzt reingekommen sind in der letzten Zeit, ähm, auf Teddy, der in fast jedem Stream und jedem Video dabei ist, trotz, und seitdem er arbeiten ist, wieder, nochmal Glückwunsch an, ich hab's ja schon mal gesagt, Teddy, aber dass du so einen geilen Arbeitsplatz aufpasst, wieder jetzt, und, deswegen, jetzt waren wir das letzte Mal getrunken, aber auch mal, ach, und der geht aber gut runter, brennt auch gar nicht so, krass, ja, Friends, das kann Teddy dann entscheiden, ich muss morgen auch arbeiten, morgen Silvester, morgen Nacht, also ich kann morgen eh nichts trinken, dann müsste ich das Ding auch jetzt kalt stellen, und das hier auch noch dabei, bei dem, beim Ostsee, Weihnachtsmann, Wahnsinn, dass der Ast nach Wolkenbüttel kommt, also von Wolkenbüttel, dann hier rüber, huch, an der Ostsee, und dann extra nochmal, zu uns hier, Richtung Dresden, ja, so, Gott, das Video geht schon 16 Minuten, naja, was soll ich machen, ich kann euch ja auch einfach das Zeug stumpf in die Kamera schmeißen, wie die anderen Schwulen-Contenträder, äh, aber, so sind wir ja eigentlich auf dem Kanal, ne, so, wenn ich euch random jetzt, was reinwerfe, dann habt ihr auch gleich wieder was zum Raten, jetzt mal, jetzt steht das ja drauf, jetzt steht nicht drauf, das ist ein Panzerglas, das Ganze auch mal rumdrehen, die Tandy wird natürlich gleich wissen, was es ist, weil damit, habe ich nicht, glaube ich, am ersten Feiertag gleich bei uns in der Gruppe, rumgeplext, wie soll auch mal, gerade was es sein könnte, ich spoilere mal, es ist kein Tablet, so, jetzt kommen wir zu den coolen Sachen, wie, mit positiver Bauern, die wir unternehmen, weil die, hat, so, gut, hier sind unsere eigene, hat, mein lieber Sohn, für uns gebastelt, wie sieht man das sieht, das sind, da sind kleine Geschenke, vielleicht erkennbar, was für Motive das sind, da wisst du von welchem, ich bin ja, ich gucke ja nicht so viel Animes, meistens aus meiner Kindheit einfach durchgezogen, wo ich immer noch fern bin, und ich finde einfach, die Motive sind so wahnsinnig, nicht gut gewählt, gefällt mir sowas von gut, ne, ist einfach nur Liebe, was, was liebe ich ja da, so, den gottesfürchtlichsten, aller gottesfürchtigen, Mr. Satan, aka Mr. Christmas, und hier hinten drauf ist, ja, ja, so, wie jeder kennt, wenn der Matta Autofokus, das sofort will, hat man das, letzte Bild war, Pokémon, so, gut, streamt zwar immer noch in der Arbeiterkategorie, aber scheiße, so, ach ja hier der klassiker der doch natürlich nicht ihr kennt es alle ihr kennt es alle der klassiker kommt okay das ist noch von meinem sohn also hier wie gesagt das hier waren süßigkeiten übrigens also ganz ganz niedlich uns gemacht es gibt ja die ein oder anderen familienmitglieder die einfach habt jetzt sachen gesehen die sind so quasi auf mich zugeschnitten und personalisierte geschenke genau da hat sich jemand gedanken gemacht und zwar soll ich noch sagen von wem die geschenke sind der grüttel war von meinen schwiegereltern die wissen das natürlich auch nur aufgrund meiner frau das panzerblatt war von meiner mutter also dann sehen wir warum die bats waren von meiner frau habe ich einfach schon so viel quatscht man zu so wenig geschenken ach so und und die die fahrradbrägende luxe box mit pullover und t-shirt war auch von meiner frau so und jetzt kommen wir zum klassiker wer kennt es nicht damit machst du ja nie was falsch hallo autofokus ich naja ich brauche es euch nicht zeigen ihr erkennt das schon nach der manmelist gesichtspflege ach so gesichts- und bordwaschgel basierkleme feuchtigkeitsgel shit ich nehme alles wieder zurück ich habe das heilig ab und konnte gecheckt ich dachte da ist deo drinnen man kann das check ich jetzt das ist natürlich sehr gut weil bordwaschgel und so weiter ist jetzt ja die arme katze ja da kämpft doch nicht mit der so super kann man immer gebrauchen ja mitlaufen das sexuelle schwung was aber ihr könnt mal im diätprogramm sein wenn ich meine abnehmen challenge was ist jetzt wird aber erst nach ostern oder so was hätten klassen sich das so gut okay ich weiß jetzt dass hier gesichtspflege sind was auch gut ist bei meiner hacken das so ganz ach so warte mal da muss ich auch nicht dass man den benutzungen verkennt es ist die besten geschenke sind die man direkt in den nutzungen findet dann So, jetzt muss ich mal kurz Pause machen. Hier bei einem YouTube-Video, weil ich muss dafür bei mir ins Auto gehen. Es ist was, was ich täglich in Benutzung habe. Ihr könnt derweil raten, was es sein könnte. Nein, es ist kein Autoladegerät und nein, es ist keine Handy-Halterung. Na, wie Klassiker. Boah, der Kramisch! Ha, 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 Freunde, ich musste gar nicht so weit gehen. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass das im Schlafzimmer lag. Es ist was, was man im Auto und im Schlafzimmer benutzen kann. Jetzt muss ich das erstmal rausnehmen, was im Grunde ist. Spoiler, das ist ein Geschenk, was für ein anderes Geschenk da ist. Anhand der Größe, könntet ihr es jetzt vielleicht schon erraten. Es ist sehr hart, auf jeden Fall. Also, gerade für jemanden wie mich, der sehr grob motorisch unterwegs ist, ist das ja sehr gut unterwegs. So, eigentlich kann ich euch jetzt gar nicht länger den Folter spannen, Freunde. Weil jetzt kommt das. Also, ihr werdet vielleicht schon ahnen. Ahnen, 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 ahnen. Natürlich hat sich jetzt die Kamera ausgeschaltet. Leck mich doch, aber auch stimmt, das ist das nächste, was wir... Ob jeden Fall im neuen Jahr gefickt haben, gefickt haben, gefickt haben. Gepixt haben, natürlich. Oh, sagen wir mal, Maus. Hä? Ist jetzt los, ja. Aha. Was zum Fick? Okay. Hm. Ich geh' kaputt, Mann. Realtalk. Gab's nicht auch noch Realtalk 2 eigentlich ursprünglich mal? Ja. Und im Moment, oh, Friends. Machen wir Pause, ja. So, Freunde, Probleme wurden gewixt. Ich hab' einfach mal die Kamera komplett neu gestartet. Äh, ja. Dieses nice Teil gab es vom Heilnachtsmann von der liebe King Amix. artig hier habe ich natürlich schon wie ihr seht gummi schutzhülle drum eigentlich ist weiß hinten und panzerklaas natürlich auch drauf jetzt wisst ihr wieso weshalb warum panzerklaas den bedarf wahrscheinlich nicht mehr viel an beizufügen ihr alle kennt den portal wenn ihr fragen habt schreibt es in die kommentare ich habe das ding schon jetzt gut in gebrauch unterwegs mit mobilen daten also mit hotspot vom handy funktioniert einwandfrei zu hause im einem netzwerk und so weiter wenn er vorgibt schreibt es in die kommentare beantwortet ich euch natürlich so jetzt kommen wir zum letzten geschehen ach nee halt stopp hier gab es noch was ganz 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 besonderes das kann ich euch da kann ich euch aber nie alles zeigen davon doch unser sohn gebastelt ist aber ich glaube ich keine doch hier das kann ich euch zeigen ja wo ich das dach von meinem haus wo wir das neu gemacht haben alles und hier oben urlaubsfahrer meine frau und ich im urlaub ja ihr seht jetzt mein gesicht maler so ich halt was gesicht wird das foto hier seht ihr absoluter insider immer weihnachtsgeschenke videos von rmex geguckt und ihr kennt sein halbes leben hallo autofokus kommen sie bitte zurück zusammen haus mal aus indem ich jetzt wohnen und hier dann mit vom grill natürlich hier kann ich den finger nicht wegnehmen da ist noch dumme davor war natürlich grill zur kälteren ja das ah ja ja da habt ihr noch ein paar background infos wir haben wie gesagt das war alles mal holzbude von meiner uhr oma und wir haben dann hier quasi massiv drumherum alles neu gemacht das ist eine coole idee teddy und das von einem neuen jahr muss man noch mal drauf kommen nicht schlecht ne so er hat dann selber natürlich auch mal reiseiten gelassen zum ja und selber quasi da noch Sachen reinmachen so was haben wir denn hier drauf genau das gab es noch ich glaube auch von ja genau natürlich wird man nahm also den wunderschön gebasteltes kärtchen immer so aufklappen kannst und das dann so ein weihnachtsbaum namen zugehalten ja natürlich unser junge wir machen so habe ich noch was vergessen natürlich habe ich noch was vergessen das was zurückgeschickt werden muss da seitdem ich es ausprobiert habe alte kamera probleme zurück sind aber die kriegen wir gefixt gefixt der gerät rum auch immer funktioniert absolut nicht wie es soll keine ahnung ob es an meinem restlichen setup liegt wo könnt ihr es noch nicht rausfinden also wir haben alles möglich probiert und der gute dj johnson ist ja technisch auch kein ganz unbedarfter und unbeholfener typ der weiß schon was grauen und gestochen ist aber darauf habe ich mich eigentlich sehr gefreut um euch ein paar neue features so zu bringen wollte quasi auch bei ihr kennt die avatar videos so als navi in der cam sitzen und so zeug aber mal gucken vielleicht ist das auch noch anderweitig umsetzbar naja so und damit sind wir jetzt nach sage und schreibe 32 minuten am ende des videos angekommen ich überlege die ganze zeit ob ich noch was vergessen habe das andere sind natürlich geschenke für die kinder und meine frau falls ihr das wissen welt hätte hätte dann müssen wir das in die kommentare schreiben wir können uns jetzt ja noch zum abschluss des videos wir haben anfang des videos den letzten den zweiten leichten matrosen bevor wir uns nach pador ab ach nee danach nehmen 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 mit händigkeit jahres rückblicks wie jahres rückblicks video auf bitteschön schöne sachen hast bekommen war ganz artig ich scheine dann doch kein so übler typ zu sein wie man das so im allgemeinen hin suggeriert und denkt sagt also der beste vergleich für mich ist eigentlich der beste vergleich ist wie euch das buch dann kennt marcel und amix genau so wie in dem film so guckt mich amix so manchmal und will raus ne aber ich kann euch beruhigen die dunkle sei da für alle in euch das problem ist vielleicht nur das sind nicht so raus dass sie gar raus was hier in meinem video sind in meinen streams guckt mich auf kann noch ein bisschen weihnachtlich stelle immer mein freund benne ach so und ich sag cheers bis gleich im jahresrückblick jäger meister jahres rückblick das war es komplett an ich habe das insel ding getrunken der ist warm ja Freunde ich denke jetzt haben wir es falls ihr das video enjoyed habt lasst gerne ein abo auf dem kanal da würde mich am meisten unterstützen ich danke euch auf jeden fall für das jahr 2023 für den support auch in dem kleinen rahmen aber wir sind ja durchaus durch dankbare menschen und im gegensatz zu anderen content creator müsst euch bei mir keinen kopf machen ich verdiene mein geld anders und auch gerne anders ich habe aber bock euch hier zu unterhalten nur macht das alles spaß und ich merke gerade die mir anfängte birne zu glühen also es wird erst das video erscheinen dann werde wahrscheinlich in der playlist des jahresrückblicks videos täglich ich glaube das nimmt kein gutes ende aber vor allen dingen soll ich den jägermeister dann auch warm trinken ja genau ihr wisst dieses ganze was man quatschen soll dass ihr dran denkt halt natürlich ein abo dazuladen ihr müsst keine glocke oder sowas aktivieren aber ich freue mich wenn wir uns wiedersehen wenn ihr solchen content auch entscheidet dann dann sagt mir das dann könnt ihr gerne öfter sowas kriegen dann machen wir das auch jedes jahr zu weihnachten natürlich dann pünktlicher zu weihnachten wir können so zu oster machen ostern mit king armex oder so wenn ich das video denn das erste mal naja ist beim ersten maßmann immer so unbeholfen ihr wisst es und bis dahin bleibt mir nur eins zu sagen danke fürs einschalten meine freunde bleibt genau das habt ihr nämlich schon vermisst am anfang des videos du bist aber nicht ob man das ist jetzt setze ich doch mal setze doch ich will es noch mal hören bleibt das meine freunde ich wünsche euch ein erfolgreiche 2024 ich hoffe wir sehen uns wieder bis dahin bis zwei bis zwei bis